einfacher aber vielleicht kann ich auch schrecklich einfach nur geschickt weil ich bekommen vielleicht kann ich auch einfach spielen weil ich den als season pass habe ich habe ehrlich gesagt ich hab's mir einfach nur geholt ich hab mich wirklich gar nicht informiert und ich hab gar nicht gesagt dass ich mich nie wieder dass ich nie wieder so blöd bin und mir ein Spiel blind kaufen werde tja so kann man sich verdun diese kurve kann ich mir nicht aber irgendwie kann ich mit dem auto besser fahren habe ich das Gefühl